B so wie BZ, oder soll ich sagen BFETT, sitz im Kinderzimmer voll und triss einen Nicknack Ich hab die Kugel im Lauf und fick man deine Mutter, kommt ein neuer H*** so raus Sag was bringen die Leichtmann ganz gut Eines Kassel Rigg, Baby jetzt! Eines isnt sein, die mit einem Knoblauffel Salami Knoblauffel Salami Komm zurück ins Dreg第 Erhans, wir haben die Kabel dabei Hei, ich weiß, wir haben keine Kabel dabei Aber keine Schieße Nein, weißt, ich trage, wir sind da Wir sind ja irgendwie zurückbissend Ein bisschen was, früher der in sich geklapp Es geht noch mal zurück, brühe Es geht noch, wie war es? Arappen Arappen Ah, da kommt frisch in Style Komm mal, ich fühle noch Videos, Alter Ja Guck mal, ich komm mit der Tour, das hat eine Woche, drei Wochen stehen. Fangen wir wieder an wie gestern? Ey, guck mal, die Autoschlüssel! Bitte! Ah, du! Komm mal her! Ja, willst du halt Schlappen raus? Ding, was? Ah! Ah, seine Kettra! Ey, Leute, ihr denkt, WeChat und Emre, die sind nur auf diese Gourmetfilme, die essen nur Steak. Ich gucke in seinen Dings, ich frage, warum hast du so viel Jam Jam dabei? Er sagt wieder in Erno zu von Jam Jam. Was heißt das? Hast du gerade Jam Jam gesagt? Bist du vollkommen besoffen? Das heißt doch Jam Jam. Das heißt Jam Jam. Jam 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 Jam Jam. Sagst du Jam Jam? Natürlich. Er sagt auch Jam Jam Jam. Jam Jam Jam. Ich loslege dir. Schau mal deine Stimme. Lass Scheiß drauf. Wir wissen was. Ich zeig mal deine Stimme. Heißt es Jam 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 oder Jam Jam? S-T-A-L-I-T-N. Heißt es Jam 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 oder Jam Jam? J-T-A-L-I-T-E-T-T-N-J-T-L. Mann ja ich wollt euch grad was sagen, man. J-T-A-L-I-T-N-J-T-L. Hment Ja Ja Heißt es Jam Jam oder Jam Jam? Yam-Yam! Yam-Yam! Yom-Yom! Yom Joom 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 Kannst du das? Zwei Hände nach vorne. Welke rechts geht? Höre doch pissed uns auf. Rotorö Rotorö! Ich kann das schon so, nur antworten! Und jetzt schneller! Schnell! Schnell wie geht bruder! hier ist der kommentator frank buschmann ist ein hund neben dem das ist josef 66 unter jedem video zu finden manny bräuchmann du bist ein das ist josef der einzig war es gibt kein video auf youtube der fängt jetzt auch bald an bei xl zu kommentieren ich hoffe alle sag so was dir was dir gefällt so oder nicht ganz ehrlich der arsch hat mir nicht so gefallen die linke titte war ein bisschen größer sexy playboy ich hab knacks wenn ich mehr schleuder ich muss immer tür auf lassen ich bekomme immer platzangst und wenn ich mein dödel auspack ich brauche immer ganz viel freiraum so ich komme die haben neue werbung guck mal bitte macht einfach werbung für enterprise ich komme mit skandal und ich mache ein alter bonn oder hörst du doch wo die ist bruder im arsch bruder in der straße mit deinem brabus was ist schluss du willst schlickerei du kriegst den anus und was ist schluss seko bleibt dein status ich fahre fast ich will man die heute deine ma bro erzähl dir jetzt wie du mich in diesem knast gefunden hast auf jeden fall oh ey digga der ist stark ich schraufe alles ich schraufe hast du adlebs die so sind bruder ich habe mir ein paar rapper gemacht weißt du was für ein adlebs r hat ich schraufe meine mutter wenn ich reingehe ich schraufe alles der produzent kriegt angst mach mal diese und er sagt was machst du dann sag ich halt die freche und nimm das auf guck mal ich war auf snapchat snapchat ey er war auf snapchat erzähl weiter sag ich dir so eine story von wem aber darf ich nicht sagen sag das der heißt josef fb boah zinkern sag mir den pfisternamen ich weiß wer ich bin zu krank niemals 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 ich weiß wer was habt ihr auf meinem wickel gesungt ja bruder das ist geil digga wo war ich eigentlich wo war ich eigentlich du warst auf snapchat und dann war ich auf snapchat lak ja jo lak du bist 15 moment tsp erschrocken bitte erzähl mir Minute schleicheit niemals ja erzähl man snapchat und da war ich 1080p snapchat snapchat ja rap warte warte aber Join Leidler erleysig warte warte aber warte 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 Ouh! Ihr seid mal leise, du könntest. Nur weil er erste Runde rausgeknoten ist. Oh Mann! Sag mal Hohanlo. Aber ey, wer hat diese Geschichte nicht verstanden? Er hat eine Geschichte jetzt hier. Er ist seit 2 Stunden aufs Nacken. Keine Warte, warte! Aber die Geschichte ist nicht so. Der war auf der Stelle. Der hat einen Schleuder. Ist das so zu Ende? Die Geschichte? Das ist kurz Geschichte. Der hat keine Ende. Wie, du hast schon mal angefangen. Das war's, Bruder! Tick, 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 tick. Das war's, Bruder! West Side, Motherfucker! Komm ich auf den Beats? Werden höherer Blitze steigt? Lass den Rap scheiße sein. Trägt lieber Chang. Ist das OZ da ernst? Ich ficke den Beat. Hol deine Fasperan, du Pisser. Und ich lasse sie ziehen. Warte, Zekko. Ich weiß ganz genau, Mann. Du bist wack, Bro. Check, was ist los, Mann. Black Bro. Dresscode. Check, was ist los, Mann. Ich sag nur, let's go! Ich fang deine Perle und sieh mit mir Trani. Dann wenge ich den Beat auf die Boxen von Manni. Das ist dein Herz, komm ich rein, rauch ein Stani. Alle kommt jetzt rein, rauch ich erst mal den Kalor. Ah! Sie will unter Wasser tauchen. Du hast noch ein Rauchen. Da fängst du hoch die Schnauze. Ich steh dich ab, aber krieg ich schlechte Laune. Weck deine Mutter rein. Weck deine Beats wie wir alle einfach, Mann. Ich ficke deine Dich. Sie hat eine Stimme, sucht die Kennapp. Wir machen uns das nicht. 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 Ich fängst noch mal. Denn davor hab' ich verpackt. Die Dachi möchte Schoko kommen und nimmt von mir Geschmack. Du weist doch, was ich mach. Davor habt ihr gedacht. Der Bruder kommt zu Böse, also mach' ich schlechter. Bye-bye! Was ist los? Ich bin 50. Ah! Schlickerei gegen Grizzly. Ah! Was ist los? Ich mach' bisnächst. Was ich mache los? Los oder 50? Ich mache nichts mit Kleingeld, wenn du was auf die Beine stellst, ja, dann wollen sie dir ein Bein stellen. Und keiner kann sich mit mir gleichstellen, in dieser Welt sie im Schäne, deshalb lebt man in der kleinen Welt. Das ist Kali heute, der hat keine Stimme mehr. Ey, der Skandal kann dir Tipps geben, der hatte auch keine Stimme mehr. Ja, Bruder. Nein, nein, nein. Doch, Walla, der hatte echt keine Stimme mehr. Da sitzt unser Sunny Boy. Ähm, okay, ähm, Heiserkeit, wie das weggeht. Schlucken. Ja. Filmst du mich? Woher kommst du eigentlich? Bruder, diese Pferde. Schlecht wie in Klausur, Bruder. Weißt du, so, machst du noch Beatbox eigentlich? Mach mal einen Beat, bitte. Man sieht man auch nicht alle Tage. Nimm meinen Schwanz wie ein kleiner Snack. Schon ist deine Heiserkeit weg. Geil, ey, wir wohnen beide im gleichen Bezirk, aber wir haben uns noch nie gesehen. Ja, wir haben uns ein kranker Scheiß, wa? Die Lügen, die haben scheinbar ging, jetzt den Glocken. Das ist der größte Wichser, die Leute bekommen hier nix zu trinken, nix. Guck mal, er ist schon am Unfall, ne? Der kann nicht mehr. Guck mal, er kann nicht mehr. Gib nicht der Biede. Alle, ja. Bruder, chill, chill, Bruder. Was gibt's nicht? Mach mal deine Stellung. Sag euch ehrlich, wisst ihr, wie ihr an der Bett schlägt? Zeig dir heute mal, wie du im Bett schlägst, bitte. Wallah, offiziell. Guck mal, was... Ja, stimmt. Seil, Sicker. Ich hab grad' krass ausprobiert. Komm doch mal rein. Ich hab' mich verlebt. Rück ab für Money oder Win. Drück, 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 weil die Kugel dich trippt. Kugel dich trippt. Und ich sag' es nicht. Schall dich trippt. Kugel dich trippt. Komme rein, will das Game alles ausschalten. Die Rappen vorne hoch, wer will uns aufhalten. Sobald wir dich am Lacken packen wie ne Raubkatze, wird dir Affe klar, dass dein Traum Plastik war. Alles blendlos, das Risiko steigt. Leute reden vom Geschäft, doch wissen's Ding ist undrein. Volles Fund, bisschen Divisionen teilen und den Namen Seko riesengroß schreiben. Na! Aber das war kein Pflicht, Alter. Neue Kontext, Bro. Vielleicht seid ihr gut, aber ich bin krass. Pick auf Eike Pfiff, ich mach Parallel mit Hasch. Mit den Jungs im Park. Mit den Rhythmisch und Blatt. Wir kommen an der gute Dame. Ey, Jo! Praktikum. Was machen? Kann man hier was trappen? Hier, hier, hier. Dreh mich in den Dönerladen. Sieht's nicht! Sieht's aus wie ein Restaurant. Was wollen die essen? Die kriegen selber kein Essen. Die kriegen selber kein Essen. Die fragen nach Essen, ja. Guck mal, wer da kommt. Einmal eine Lusi. Kacke. Hä, Polen kennst du, ich weiß das. Wo warst du gar nicht, ey? Hä, 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 hä. Sag mir, ich komm vorbei, nicht in einem 7 an. Ey, ich komm zu Fuß und f*** heute deine 7 an. Check, du bist kein Mann. Ich weiß ganz genau, du hast von Rap kein Plan. Mann, was ist los? Ich rappe aus dem Kopf, links, rechts, drop. Komm, B und Chris Nock. Leute wollen mit mir reden, haben keinen Plan. Ich lass keine Wahl, dicker, ich hab drei Zahnen. F1, SR, SD, Lack, ich h*** deine Tochter. Du willst mit mir reden, Lack, du hast keinen Job. Sie haben keinen Plan, komm nur so wie Gingis Khan. Welcher Junge möchtet ihr beef? Ich komm und schlag dich an. Die Scheiße, die ich mache, mach ich schon seit immer. Bruder, was ist los mit euch hier alle, seit ich spinne. Fahr in dem 7er und schlag dich zu nem Pflegefahrt. Rappig deine Mutter, es ist nur Deutsch-Rats-General. Ey, was ist los? Ich klicke Freestyle. Ey, Kopf ist Schuss, Schuss durch mein Schiebein. Es klicke mir nicht mehr zu Regen. Ich hopp sie will Kelz, sie will Penz, sie will Elen. Ich bin gefangen in dieser Gegend. Keine Sonne, nur Regen. Doch muss ein Kleben ist im Kopf fix jeden Tag. Wie meinst du, du bist du? Ritter, ne? I'm a fuck a Waffen, I'm a cover on my bases. I'm a face, I'm alcohol over, I'm a lover, I'm a T-T. I'm a lover, T-T, I'm a lover, T-T. Hey, hey, hey. Hey, 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 alle die müde. Hey, hey, hey. Ich hab dir schon gesagt, waren die Rote die wir nahmen. Sie war weit, weit weg. Vielleicht laufen wir Gefahr. Vielleicht ist es nur die Angst. Hier im White, White, Black. Ah, ihr wollt Bitches. Ich will immer Paramair. Hol ich meinen Zipp drauf, sag sie, Hey, yo, so wie Ada wer. Hey, mach mich jetzt nur diese Lines. Rede nicht so viel. Wir machen Bang, 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 Bang. Wir nehmen besser aus. Wir machen ein Band, Bang, Gang, Bang. Der wird schwer! Yussef, Yussef, Yussef! Auf der bublicher harite Sattelandaise. Hey, alleores cheer inside! Leben von der Drama, ja ja, lebe von der Drama! Leben von der Drama, ja ja, lebe von der Drama! Nee, nee, nee! Also, Ronald hat mir gefallen. Leben von der Drama! Ja, ja, alle für die Musik! 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 48, 48, 49, 50, 80, 41, 42, 48, 28,bank. Schwere, schwerer? Mach sogar so! O security! Jo Willi, komm in corruptible 3. Danke, Herrmann! Schäme, ich bin. Mach, Elikopter! Hö, Hö, Hö! 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 Hö, Hö, Hö! Hö, Hö! Hö, Hö! Hö, Hö! Hö, Hö! Was ist los? Nichts. Oh, ich bin tot auf Harte. Ich will noch mehr Patte machen als ein Premier League Verein. Ich werde gejagt von Pissern aus Interpol. Ey, immer aktiv so wie Liverpool. Ey, immer aktiv so wie Liverpool. Hö, Hö, Hö! 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 Walk around the street, smoke a little weed. Ich kann kein Englisch, das war einfach für den Beat. Komm mit rein und ich wicke die Rapper. Komm vorbei und ich schlag dein Herz in Violetta an. Was ist los, Mann? Bist du hier, Mann? Wer von euch möchte heute mit mir Beef, Mann? Ich komm, Mann, und du siehst doch so wie SpongeBob. Ich schlag dein Drop-Talk, Mob. Holla, Holla. Holla, Holla. Holla, Holla, Holla. Ich will einfach nur Cash, Bitches, die ich f***, ja, sie tanzen so wie Finesse, ey, ich mach Farah, einfach auf den Street. Oh, die tanzen wie Finesse, ja, die tanzen. Finesse, zeig dir kurz, zeig dir, zeig dir, zeig dir, wie du tanzt, gib mir, zeig dir, zeig dir, komm on. Ja, 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 ja. Bin ich Samra oder was? Hä? Oh, mein Gott. Ich wiederhole, bin ich Samra oder was? Das ist gerade gegen Samra gestimmt, das macht zu Ende. Nein, nein, ich fragte auch, oder was? Samra, bester Rapper. Ich f***, ich f*** Samra. Du weißt, ey, es ist mit BZ so, ne? Wenn wir schon bei Samra sind, der Abad schon seinen Vater f*** ich auch. Wer zieht? Er hat eure Socken noch weiße Schuhe an. BZ. BZ nur, ja. Oder ich hab keine weißen Socken mehr. Oder das Ding ist, hier weiße Socken, die werden sowieso schwarz. Was für weiße Socken? Wallah, die Heim ist sauberer. Guck mal, nur in meinem Zimmer. Tschüss! Wallah, wenn ich auf Ascheplatz Fußball spiele, ist nicht so. Wallah. Das ist zu hart. Ich war auf alles. Ich laufe hier nicht barfuß rum. Nur vom Zimmer, ne? Gangster. Ja? Was? 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 Colin? Gib mit dem mal. Willst du mit mir sprechen? Colin oder was? Colin. Gib mit dem mal. Ja, okay, mach ich. Ja, mach ich. Hab ich gesprochen. Ja, mach ich. Hallo? Wir haben vorhin noch die Tischtennis Schläger abgegeben. Der ist im Jugendzentrum. Ach so. Der ist der Jugendleiter. Guck dir nicht mal an. Das ist der Jugend. Geil. Das ist... Das ist... Das ist... Das ist... Bigi ist so krank. Bigi ist so krank. Gott hat ihm so eine krasse Stimme gegeben. Macht keine Augen. Gesegnet. Bigi ist pink, aber seine Stimme ist genauso pink. Du kannst, wenn die... Die nehmen da auf irgendwo. Von hier, du weißt, dass das geil ist. Wallah sogar. Guck mal bitte, das ist der Walk. Das ist der 0-3-0 Walk. So laufst du immer, wenn ich zu spät koche? Kurz kurz oder so. So nachts um 1 Uhr. Der läuft so auf Clou. Der läuft so auf Clou, obwohl der richtig scheißen muss. Mal kurz vorm rauskommen. Auf Northern Walking, Bruder. Was machen die da? Keine Ahnung, die haben irgendwas gemacht. Ja, ich hab den gesehen. Aber ich hab nicht gesehen, was der gemacht hat. Jungs, wer hat diesen Stuhl hier kaputt gemacht? Äh, Dings. Alter. Bruder, es war Robert Jones. Wallah, ihr seid doch vor 1 Minute original in diesen Bus gegangen. Es war Robert Jones, Bruder. Was gehen wir dafür? Für eine halbe Stunde hier am Text. Wallah, hier haben sich auch 3 gefunden, muss ich sagen. Wallah, 3 verrückte Köpfe. Die sehen sich auch irgendwie ähnlich so. Die passen zueinander. Die Abitur war 2,7 Schnitt auf jeden Fall. Und äh... Familie im Brennpunkt. Ich studiere Arztinsasse. Und nebenbei bin ich zählen wert. Arztinsasse hat ein neues Wort. Worte wurden bei mir nicht zählen wert. Merkt euch eine Sache. Immer wenn ihr Text schreiben wollt, holt euch einfach ein Hafttransport. Merkt euch eine Sache. Wenn ihr Rapper werden wollt, dann... Seid keine Ahnung. Asuna, wie ist die Lage? Alles los? Wie seid ihr jeden wach? Nachts kommt ihr alle raus, ne? Wallah, die Lage ist wirklich sehr angenehm. Ich geh zu meinem Bruder Vito und Schabab was essen. Auf ruhig, Wallah. Auf jeden Fall. Das ist mein Bruder hier. Mokro. Hakee mir, he? Kike Pasi Zabiri. Habir. Yo, verfickte Scheiße, man. Dieses Licht ist so grell, man. Verfickte Scheiße, man. Ich bin blind geworden, man. Auf jeden Fall. Wir gehen jetzt was essen. Jungs. Bitte. Werdet nicht behindert. Werdet wie Scharlow. Glaube halten. Ja, ich sehe es. Vo wartete Informationen. Werdet nicht... Do r. So4 ... hier. Also, TET